Ja, Grüezi miteinander und herzlich Willkommen, ein kleines Special steht vor der Tür auf meinem Zweitkanal hier auf michaelbeisler.tv und mir ist heute beim Arbeiten in der Frühschicht mal wieder so eine geile, geniale Idee geschossen, aber ich denke, die muss ich heute noch aufnehmen, sonst ist es schon wieder vergessen. Und zwar habe ich da mal wieder ein bisschen grabt. Ich habe ja vor einem Jahr, wer es weiß, immer diese Rapper MBB Videos da hochgeladen mit dem Schweizer, die so total bekloppt waren. Und wenn ihr geglaubt habt, das war schon alles, was ich gemacht habe, ja dann habt ihr euch getäuscht, denn ich habe noch einen auf Lager. Und da ja jetzt dann der erste Advent ist, wenn ihr das Video sieht, war der erste Advent schon, habe ich mal überlegt, es gibt ja so volkstümliche Weihnachtslieder. Und ich habe mir überlegt, mal die erste Strophe von O. Tannenbaum mal ein bisschen in eine modernere Version zu bringen. Ich würde fast sagen, die wird heute gerappt mit ein bisschen improvisierter Zusatzinhalt, was mir gerade so wieder einfällt beim Rappen. Ich sage nur Obama have the karma. Und ich sehe jetzt nicht so aus wie ein Rapper, denn ich habe ja noch was vorbereitet. Aber dahinter habe ja immer auf jedem meiner Stühle, ich habe ja zwei Stück, habe ich so einen Schal von meinem Lieblingsverein. Jetzt zeige ich nochmal kurz meinen Lieblingsverein. Oh, jetzt ist es auch falsch rum. Sorry. Mein Lieblingsverein, da habe ich immer einen Schal, zwei Stück vom FC Basel. Hier zeige ich mal groß in die Kamera. Das ist mein Lieblingsverein, FC Basel. Und das T-Shirt auch, Champions League T-Shirt vom FC Basel. Zeige ich es mal kurz. Und ich habe zwei Stühle da in meinem Einzimmerwohnuchchen, da in meiner Einzimmerwohnung hier. Und auf jedem meiner Stühle ist ein Schal vom FC Basel drauf. Weil wenn ich mal Champions League anschaue, dann ziehe ich also immer so einen Schal an, wenn ich mal zum Champions League Spiel da gerade jetzt nicht arbeiten muss oder so. Ich denke, das passt für so einen Rapper. Das sieht ja aus wie so eine Weste. Und Michael der Rösti heißt der Rapper jetzt. Also eigentlich war das ein Wrestler. Das ist schon beides. Heutzutage ist ja... Da mache ich ja später in einem Live-Programm nochmal was, wer Michael der Rösti ist. So, jedenfalls mal Grüße an Valvorik, Kenny und den Joker. Denn, auch an Steffi natürlich. Denn ich habe ja so ein tolles Musik-App auf meinem iPad. Das nennt sich Launchpad. Und was man da alles innerhalb von drei Minuten zusammenstellen kann, das ist wirklich toll. Die fünf wissen, dass das auch manchmal ein bisschen auf bestimmte Nerven gehen kann. Aber ich möchte es euch nicht vorenthalte, was ich mir heute überlegt habe. Kleines Christmas-Special zum ersten Advent. Oh, Tannenbaum. Vielleicht wäre da noch weitere Folge. Muss ich mal überlegen. Ich überlege gerade, wie es möglich werden kann, vielleicht Schneeflöckchen, Weißröckchen oder alle Jahre wieder in Hardrock-Version zu machen. Oder vielleicht eine Reggae-Version von einem Weihnachtslied. Vielleicht habt ihr Weihnachtslied. Oh, Tannenbaum, die erste Strophe. Die andere beide kann ich nicht. Ja. Und ja, sage ich mal, viel Spaß dabei. Ich hoffe, ihr werdet das Video jetzt nicht cutten. Und vielleicht kann ich euch ja belustigen. Ich möchte es ja jetzt nicht ernsthafte Musik nennen, sondern einfach nur Entertainment-volle Belustigung. Und da fangen wir doch einfach mal an. Oh, Tannenbaum, die erste Strophe. Und dann viel Spaß. Oh, Tannenbaum, die erste Strophe in der Rap-Version. Das Christmas-Special hier vom Bundesbeister. Os Utero. What?" Yo, Mann! Oh, man! Michael Dorамен overehtsitapertsaho O Tannenbaum, die Rap-Version. Yo, yo, yo. Oh, Tannenbaum, oh, Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter? Du grünst dich nur zur Sommerzeit, no, nein, auch im Winter, wenn es schneit. Jo, jo, euer Piszczek. Oh, Tannenbaum, oh, Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter? Du grünst dich nur zur Sommerzeit, no, nein, auch im Winter, wenn es voll krass geil schneit. Jo, 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 jo. Jo, hast du auch einen Tannenbaum daheim? Dann bist du endlich nicht mehr ganz allein. Und hast du noch eine Frau zu Haus? Dann ist es leider wieder aus die Maus. Jo, man, oh, Tannenbaum, oh, Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter? Du grünst nicht nur zur Sommerzeit, nein, voll geil, auch im Winter, wenn es schneit. Jo, singt alle mit, everybody. Oh, Tannenbaum, oh, Tannenbaum, oh, Tannenbaum. Und dann kommt die erste Strophe in der Rap-Version. Das war jetzt natürlich nicht der große Rap, den konnte man jetzt noch nicht erwarten. Aber es soll eine kleine Belustigung dienen. Ich wünsche euch alle mal frohe Weihnachten, wenn nicht noch weitere Videos kommen. Und sage vielen Dank, dass ihr euch diesen Rap angeschaut habt. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr konntet euch ein bisschen über mich kaputt lachen. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal in einem von meinen anderen Videos. Hier war euer Bundesbeißler, oh, Tannenbaum, die Rap-Version. Frohe Weihnachten und bis zum nächsten Mal.